Meine Mutter hat mir eben eine sehr lustige Anekdote erzählt. Und zwar wolltest du wohl hier immer zur Togo-Tour kommen, als du noch ganz, ganz klein warst. Und jetzt stehst du hier auf der Bühne und trittst auf. Stimmt. Das ist doch geil, oder? Sehr geil. Wahnsinn. Ja. Cool Sache. Sehen wir dich heute nochmal, Jo Marie? Mich sieht man auf jeden Fall auch mal. Ich bin heute noch einmal da und mache nochmal 20 Minuten Programm. Oh, schön. Wir freuen uns drauf. Jo Marie Dominia! Dankeschön! Yeah! Zum ersten Mal. Ich als alter Rock'n'Roller, ich wollte immer schon mal eine Gitarre zerschlagen auf der Bühne. Das sollte kein Problem sein, oder? Jo Marie, hast du noch eine mit? Noch eine Gitarre? Ich will die gerne zerschlagen auf der Bühne. Ist das okay? Nein, das mache ich natürlich nicht, weil die sieht teuer aus. Flo? Was meinst du, Flo? Flo ist aber nicht so begeistert davon. Ach schade, jetzt wollte ich einmal Rock'n'Roll machen hier. Echt nicht? Ach schade. Okay. Ja, ja, ich weiß es. Unsere Auflasswaren. Jetzt geht's hier auf der Bühne.